Hallo beim Bildner Verlag und herzlich Willkommen zu Ihrem großen Videokurs zu DxO PhotoLab 6. Einem der besten Rohrkonverter auf dem Markt und bereits drei Jahre in Folge mit dem Tipper Award als beste Imaging Software ausgezeichnet. In diesem Kurs zeigt der Fotograf und Bestseller-Autor Michael Gradias, wie Sie die starken Funktionen und Werkzeuge von PhotoLab 6 gekonnt in Ihrer digitalen Dunkelkammer einsetzen. Er geht dabei behutsam Schritt für Schritt vor und zeigt bis ins kleinste Detail, was die Software alles kann. Der modulare Kurs ist in mehrere Teile gegliedert, die Sie nacheinander anschauen können oder Sie springen direkt zu dem Teil des Kurses, der Sie am meisten interessiert. Wir raten Teil 1 nicht zu überspringen, da der Autor hier das grundlegende Handling zum gekonnten Einsatz der Software vermittelt. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß auf Ihrer großen Entdeckungstour durch das fantastische DxO PhotoLab 6. Im Laufe der letzten Jahre hat sich DxO PhotoLab zu einem beliebten und immer stärker verbreiteten Programm entwickelt. Die französische Firma DxO Labs wurde besonders bekannt durch die Webseite dxomark.com. Hier finden Sie unzählige Tests, beispielsweise über Kameras, Objektive oder Smartphones. Das Vorgängerprogramm von DxO PhotoLab, DxO Optics Pro, wurde erstmals 2004 auf den Markt gebracht. 2017 übernahm DxO die Nik Collection von Google und integrierte die ursprünglich von Nik Software entwickelte U-Point Technologie in PhotoLab. Ende 2022 wurde die neue Version 6 präsentiert, die Sie in diesem Videokurs kennenlernen. Sie können das Programm für unterschiedliche Aufgabenstellungen nutzen. Sie können Ihre Bilder auch in der sogenannten Fotothek verwalten. Dort können Sie beispielsweise den Bildbestand strukturieren. PhotoLab ist außerdem ein leistungsfähiger RAW-Converter, den Sie einsetzen können, um Fotos zu entwickeln, die Sie im Rohdatenformat aufgenommen haben. Dabei unterstützt das Programm die RAW-Dateien der wichtigsten Kameramarken. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Bilder anderer Dateiformate wie etwa JPEG oder TIFF zu bearbeiten. Das fertig bearbeitete Bild kann unter anderem zu bestimmten anderen Anwendungen exportiert werden, oder Sie exportieren es beispielsweise zu einem Modul der Nik Collection. Diese Software wurde 2017 von DxO übernommen. PhotoLab und die Nik Collection arbeiten sehr gut zusammen. Wenn Sie das Programm installieren, werden Sie von einem Assistenten unterstützt. Ich habe dies hier mit einem Screenshot simuliert. Nutzen Sie jeweils die Weiterschaltfläche, um zum nächsten Schritt des Assistenten zu gelangen. Im Laufe der Installation gelangen Sie auch zu diesem Dialogfeld. Wenn Sie Adobe Lightroom installiert haben, können Sie PhotoLab als Plug-in-Modul installieren und dies in Lightroom aufrufen. Falls Sie Lightroom nicht besitzen, können Sie diese Option deaktivieren und so Speicherplatz sparen. Zum Abschluss der Installation sehen Sie dieses Dialogfeld. Wenn Sie die Option Programm starten aktiviert haben und die Option Fertigstellen aufrufen, wird das Programm automatisch gestartet. Wenn Sie das Programm das erste Mal starten, sehen Sie zunächst dieses Dialogfeld. Ich habe dies hier anhand eines Screenshots simuliert, da ich das Programm schon seit vielen Jahren in den Vorgängerversionen benutzt habe. Dann wird dieses Dialogfeld nämlich kein weiteres Mal angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, wie Bilder behandelt werden sollen, die Sie neu öffnen. Hier ist zunächst die Option DxO-Standard aktiviert und es ist durchaus eine Empfehlung wert, diese Option beizubehalten. Ist diese Option aktiviert, werden nach dem Öffnen automatisch alle optischen Fehler korrigiert und zusätzlich einige Bildeinstellungen, sodass sich ein brillanteres Bild ergibt. Alternativ dazu können Sie auch die Bildoptimierung weglassen und nur die optischen Korrekturen durchführen, nutzen Sie dazu die zweite Option. Wollen Sie das Bild dagegen ohne irgendwelche Optimierungen öffnen und so das Originalbild erhalten, wählen Sie die letzte Option, Keine Korrekturen. Nutzen Sie dann die Option als Standard festlegen, um die Einstellung zu übernehmen. Sie können die Einstellung später jederzeit in den Voreinstellungen anpassen. Nach dem Start sehen Sie außerdem dieses Fenster. Soll dies bei späteren Starts nicht erneut angezeigt werden, können Sie in diesem Listenfeld die Option nie aktivieren. Sie können das Dialogfeld dann jederzeit wieder einblenden, indem Sie die Option Hilfe, DxU, Hub aufrufen. In dem Dialogfeld finden Sie zum Beispiel die Registerkarte Hilfe und Support. Außerdem können Sie zum Online-Shop wechseln, wenn Sie beispielsweise zusätzliche Module erwerben wollen. In der Rubrik Was ist neu? können Sie sich einen Überblick über die neuen Funktionen der aktuellen Version, einen Überblick verschaffen. Klicken Sie auf die Navigationselemente, um zwischen den unterschiedlichen Seiten zu wechseln. Es werden insgesamt acht verschiedene Informationsseiten mit den neuen Funktionen angezeigt. Durchscrollen Sie die Liste einmal. Um das Dialogfeld zu schließen, nutzen Sie die Schließen-Option. Standardmäßig wird zunächst der Fotothek-Bereich geöffnet. Hier sehen Sie den sogenannten Quellbrowser, in dem alle Festplatten aufgelistet werden. Er ist hierarchisch aufgebaut, wie Sie es vom Windows Explorer kennen. Nutzen Sie die Dreiecke vor dem Eintrag, um eine Festplatte zu öffnen und die dort enthaltenen Ordner anzuzeigen. Im Beispiel sehen Sie, dass ich meine Fotos auf einer gesonderten Festplatte untergebracht habe, wo die Bilder nach Jahren in unterschiedlichen Ordnern untergebracht sind. Klicken Sie einen Ordner an, um die darin enthaltenen Bilder anzuzeigen. Das Laden der Bilder dauert einen kurzen Moment. Währenddessen sehen Sie ein Ladesymbol in der Mitte der Miniaturbilder. Durchscrollen Sie die Liste, um die Miniaturbilder im Ordner zu generieren. Den Bereich, in dem die Miniaturbilder angezeigt werden, können Sie übrigens skalieren, indem Sie die obere Kante anklicken und diese verziehen. Sie sehen dann eine vergrößerte Vorschau des ausgewählten Bildes. Um die Miniaturbilder zunächst erst einmal zu begutachten, ist es empfehlenswert, den Bereich zu maximieren. Wollen Sie die Miniaturbilder anderer Ordner ebenfalls generieren, klicken Sie den betreffenden Ordner an. In diesem Beispiel sehen Sie, dass für einige Bilder in dem Ordner verfügbare optische Module gefunden wurden. Die sogenannten DXU-Module enthalten Informationen, die benötigt werden, um die für die bei der Aufnahme verwendete Kamera-Objektivkombination geeignete Korrekturen von Objektivfehlern automatisch durchführen zu können. Um das betreffende Modul zu laden, aktivieren Sie die Option. Damit die Module automatisch geladen werden, aktivieren Sie die Option Automatischen Download der optischen DXU-Module aktivieren. Nutzen Sie dann die Weiterschaltfläche, um das betreffende Modul zu laden. Sie werden dann mit dem Internet verbunden und es dauert einen kleinen Moment, bis das Modul heruntergeladen ist. Bestätigen Sie das erfolgreiche Laden des Moduls. In diesem Beispiel befinden sich sehr viele Bilder im Ordner. Das Generieren der Miniaturbilder dauert eine ganze Weile. Daher wurde zunächst beim Laden nur ein einziges DXU-Modul angeboten. Wird nun der Ordner erneut geladen, nachdem das Generieren der Miniaturbilder abgeschlossen ist, sehen Sie in diesem Dialogfeld, dass sehr viel mehr DXU-Module gefunden wurden. Das Herunterladen der Module dauert zwar einen Moment, da dieser Vorgang aber nur einmal durchgeführt werden muss, ist es empfehlenswert, alle gefundenen Module zu markieren. Klicken Sie dazu auf die Kästchen von dem Eintrag. Markieren Sie auf diese Art und Weise alle gefundenen Module. Nutzen Sie auch hier wieder die Weiterschaltfläche, um alle Module zu laden. Bestätigen Sie das erfolgreiche Laden. Die Module werden übrigens auf der Festplatte gespeichert. Wenn Sie die ausgeblendeten Dateien anzeigen, finden Sie die Module mit der Änderung CAF im Ordner LocalDXO-DXO-Fotolab6-Moduls. Sie sehen, dass hier die gerade geladenen Module gespeichert sind. Welche Module bereits installiert wurden, können Sie feststellen, indem Sie die Option Optische DXO-Module, installierte optische DXO-Module aufrufen. Sie sehen dann dieses Dialogfeld. Die ID-Nummer, die Sie hier sehen, entspricht übrigens dem Dateinamen. Bei Bedarf können Sie die Schaltfläche Neue Module installieren nutzen, um weitere Module zu installieren. Wollen Sie eines der Module entfernen, können Sie es markieren und anschließend die Entfernschaltfläche nutzen. Sie können entfernte Module später jederzeit erneut installieren. Wurden Module bereits bei Bildern angewendet, können sie nicht mehr gelöscht werden, was Sie an diesem Eintrag sehen. Schließen Sie das Dialogfeld. In der oberen rechten Ecke der Miniaturbilder sehen Sie unterschiedliche Symbole. So markiert zum Beispiel dieses Symbol, das nicht genau zugeordnet werden kann, welches Objektiv für die Aufnahme verwendet wurde. Klicken Sie das Symbol doppelt an. Sie sehen dann in diesem Dialogfeld verschiedene Vorschläge. Wählen Sie hier das Objektiv aus, das für die Aufnahme verwendet wurde. Um das betreffende Objektiv zu markieren, klicken Sie auf den Kreis vor dem Eintrag. Anschließend können Sie mit dieser Option auswählen, ob das Objektiv bei allen Bildern angewendet werden soll, die dieselbe Mehrdeutigkeit aufweisen. Bestätigen Sie die Angabe. Sie erkennen anschließend an dem Häkchen, dass das Objektiv erfolgreich zugewiesen wurde. Sehen Sie ein grau unterlegtes Symbol, ist dies ein Zeichen dafür, dass für dieses Objektiv kein optisches Modul vorhanden ist. Wenn Sie in der Liste scrollen und irgendwo Einträge finden, wo keines dieser Symbole zu sehen ist, im Beispiel muss ich sehr weit nach unten scrollen, bemerken Sie, dass hier kein Symbol vorhanden ist, was ein Zeichen dafür ist, dass das DxO-Modul erfolgreich zugewiesen wurde. Rufen Sie weitere Ordner auf, um das Laden der DxO-Module fortzusetzen. Die einmal generierten Miniaturbilder werden übrigens gespeichert, sodass bei einem erneuten Aufruf des Ordners kein neues Generieren nötig ist. Daher lohnt es sich, diesen Arbeitsaufwand einmal auf sich zu nehmen. Ein weiteres Symbol sehen Sie übrigens bei dieser Ansicht. Wenn nämlich erkannt wurde, dass Module verfügbar sind, erscheint dieses Symbol in grün. Laden Sie auch hier wieder alle betreffenden Module. Gehen Sie so Schritt für Schritt mit allen anderen Ordnern ebenfalls vor, um alle benötigten Module aufzunehmen. Wollen Sie übrigens einige Bildinformationen anzeigen, können Sie den Mauszeiger einen Moment lang über das Miniaturbild halten. In diesem Schild sehen Sie dann unterschiedliche Informationen, wie beispielsweise über das verwendete Objektiv, die Brennweite oder die eingestellten Aufnahmedaten. Ganz unten in der Liste sehen Sie auch das verwendete optische DxO-Modul. Über der Miniaturbildliste sehen Sie unterschiedliche Ansichtsoptionen. Um diese nutzen zu können, ist es zunächst sinnvoll, den Bildbereich zu verkleinern. Sie sehen dann eine vergrößerte Ansicht des ausgewählten Bilds. Sie können dann in der Liste scrollen, wenn Sie ein anderes Bild auswählen wollen. Klicken Sie das betreffende Miniaturbild dazu an. Damit auf diese Weise schnell Bilder ausgewählt werden können, ist es durchaus sinnvoll, den Bildbrowser eingeblendet zu lassen. Bei Bedarf könnten Sie den Bildbrowser auch ausblenden, indem Sie im Ansichtmenü die Option Bildbrowser ausblenden, einblenden aufrufen oder die Tastenkombination String plus F9 wählen. Die Vergleichen-Schaltfläche können Sie nutzen, um das Bild mit oder ohne Korrekturen einzuzeigen. Wenn Sie die Schaltfläche anklicken, sehen Sie die Vorher-Variante. Lassen Sie die Schaltfläche wieder los, sehen Sie die bearbeitete Variante. In diesem Beispiel sehen Sie, dass Sie Standardkorrekturen zu einer verbesserten Variante geführt haben. Dies können Sie leicht prüfen, indem Sie die Schaltfläche mehrfach drücken, um so zwischen der Vorher-Nachher-Ansicht schnell zu wechseln. Klicken Sie auf den Pfeil, um ein Menü zu öffnen. Dort können Sie wählen, ob die Nachher-Ansicht mit oder ohne geometrischen Korrekturen angezeigt werden soll. Wollen Sie die Vorher-Nachher-Ansicht nebeneinander betrachten, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Ob die Ansichten neben- oder übereinander angezeigt werden, hängt davon ab, wie Sie den Arbeitsbereich skaliert haben. In diesem Beispiel werden die Bilder nebeneinander angezeigt, wobei Sie rechts die bearbeitete Variante sehen und links das Ausgangsbild. Sie können das jeweils in den Schildchen ablesen. Wollen Sie diese Schildchen nicht mehr sehen, können Sie das Ansichtmenü öffnen und dort die Option Overlay-Bildinformationen ein- oder ausblenden aufrufen. Deaktivieren Sie die Vergleichsansicht wieder, indem Sie erneut auf die Schaltfläche klicken. Sie können alternativ dazu auch die Tastenkombination String plus T verwenden. Mit der folgenden Schaltfläche, die Sie auch über die Funktionstaste 11 erreichen, wechseln Sie zur Vollbildanzeige. Wollen Sie diese Ansicht wieder schließen, drücken Sie die Escape-Taste. Standardmäßig wird das Bild so geladen, dass es vollständig zu sehen ist. Sie können aber auch diese Schaltfläche drücken, um das Bild an die Fenstergröße anzupassen. Wollen Sie eine 100%-Ansicht verwenden, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Sie können den gewählten Bildausschnitt dann durch Ziehen des Mauszeigers mit gedrückter linker Maustaste wählen. Schwenken Sie so auf den gewünschten Bildausschnitt. An dieser Stelle übrigens ein Hinweis. Die meisten Beispielbilder, die in diesem Videokurs zum Einsatz kommen, können Sie von meiner Webseite gradias.de oder der Verlags-Homepage bildner-verlag.de zur privaten Nutzung herunterladen. Im Listenfeld am Ende der Symbolleiste finden Sie übrigens verschiedene Darstellungsgrößen zur Auswahl. Die Ansichtsgröße 100% ist beispielsweise auch sehr wichtig, wenn Sie die Auswirkungen vom Bildschärfen oder Entrauschen beurteilen wollen. In der Liste gibt es nur einige wenige Auswahlmöglichkeiten. Sie können diese aber variieren, wenn Sie den Mauszeiger in das Bild halten und das Mausrad drehen. Sie sehen, dass dann beim Bewegen des Mausrads mehr Werte möglich sind. Ein präzises Eingeben eines ganz bestimmten Zoom-Werts ist allerdings nicht möglich. Passen Sie das Bild wieder an die Fenstergröße an. Fotolab liefert diverse Presets mit. Presets können Sie einsetzen, um Bilder mit nur einem Mausblick zu optimieren oder um sie zu verfremden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preset anwenden, um ein Fenster zu öffnen, in dem die Presets thematisch sortiert untergebracht sind. Da die Presets mit Miniaturbildern dargestellt werden, können Sie die Auswirkungen gut beurteilen. Um eine Preset-Kategorie zu öffnen oder sie zu schließen, klicken Sie auf das Dreieck vor dem Eintrag. Haben Sie mehrere Kategorien geöffnet, können Sie das Mausrad nutzen, um in der Liste nach unten zu scrollen. Im Bereich High Dynamic Range finden Sie verschiedene Presets, um ein HDR-Bild zu simulieren. So können Sie beispielsweise die Option 2 HDR künstlerisch anwenden. Um ein Preset anzuwenden, klicken Sie auf das betreffende Miniaturbild. Um Einstellungen zurückzusetzen, können Sie diese Schaltfläche nutzen. Nach dem Anwenden eines Presets wird das Fenster automatisch geschlossen. Den Bildbrowser haben Sie bereits kurz kennengelernt. Skalieren Sie den Bildbereich auf die volle Größe. In der Kopfzeile finden Sie einige Optionen. So können Sie die erste Schaltfläche nutzen, um festzulegen, wie die Bilder sortiert werden sollen. Standardmäßig werden die Bilder nach dem Namen sortiert. Sie können aber beispielsweise auch Optionen nutzen, um die Bilder nach der verwendeten Kamera oder dem Objektiv zu sortieren. Auch das Sortieren nach Bewertung oder Farbmarkierung ist möglich. Mit dem Dreieck vor dem Eintrag legen Sie fest, ob die Bilder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden sollen. Um die Reihenfolge zu ändern, klicken Sie auf das Dreieck. Klicken Sie erneut auf das Dreieck, um wieder die Standardreihenfolge herzustellen. Die zweite Schaltfläche können Sie nutzen, um den Bildbestand nach diversen Kriterien zu filtern. So können Sie zum Beispiel alle Bilder herausfiltern, die bereits entwickelt wurden. Auch das Herausfiltern von Bildern mit einer bestimmten Farbmarkierung oder Bewertung ist möglich. Als nächstes sehen Sie in der Symbolleiste, welcher Ordner geöffnet ist. In der Mitte der Symbolleiste sehen Sie die Anzeige, wie viele Bilder im Ordner enthalten sind. Wenn Sie mehrere Bilder beispielsweise mit gedrückter String-Taste auswählen, können Sie hier auch ablesen, wie viele Bilder ausgewählt wurden. Um die Auswahl wieder aufzuheben, können Sie einfach ein anderes Miniaturbild anklicken. Mit dem Schieberegler variieren Sie die Größe der Miniaturbilder. Je weiter der Regler nach links gezogen wird, umso kleiner werden die Miniaturbilder dargestellt. Diese Variante können Sie nutzen, wenn Sie sich einen Überblick über den Bildbestand verschaffen wollen. Je weiter Sie den Regler nach rechts ziehen, umso größer werden die Miniaturbilder dargestellt. Diese Version ist sinnvoll, wenn Sie Details gut achten wollen. Stellen Sie wieder die Standardgröße ein. Mit den beiden folgenden Schaltflächen können Sie fertig bearbeitete Bilder exportieren. Wollen Sie die Bilder in einem Modul der NIC-Collection bearbeiten, klicken Sie auf diese Schaltfläche. In einem gesonderten Dialogfeld werden die unterschiedlichen Module bereitgestellt. Mit einem Klick auf das Kreuzsymbol können Sie das Fenster wieder schließen. Mit der nächsten Schaltfläche können Sie festlegen, wohin das Bild exportiert werden soll. So können Sie es zum Beispiel mit der ersten Option auf der Festplatte speichern oder mit der letzten Option an Lightroom übergeben, wenn Sie das Plugin installiert haben. Standardmäßig werden nur die Bilder angezeigt, die sich im ausgewählten Ordner befinden. Wollen Sie Bildersammlungen aus verschiedenen Ordnern zusammenstellen, können Sie die sogenannten Projekte einsetzen. Die Projekte werden im Projekte-Bereich in der Fußzeile des Quellbrowsers verwaltet. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Plus-Symbol, wenn Sie ein neues Projekt hinzufügen wollen. Wählen Sie die Option Neues Projekt anlegen, die Sie auch über die Tastenkombination String plus N erreichen. Geben Sie dann einen Namen für das neue Projekt ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste. Wechseln Sie zu dem Ordner, in dem sich die Bilder befinden, die Sie in das Projekt aufnehmen wollen. Sie können dann die betreffenden Bilder im Bildbrowser markieren. Wählen Sie die Bilder mit gedrückter String-Taste aus. Die markierten Bilder können Sie anschließend per Drag & Drop auf das neu erstellte Projekt ziehen. Sie sehen an der Zahl, dass die Bilder anschließend in das Projekt aufgenommen wurden. Sie können nun einen anderen Ordner aufrufen, um von dort ebenfalls Bilder aufzunehmen. Ziehen Sie auch diese per Drag & Drop auf den Eintrag. Auf diese Art und Weise können Sie Bilder aus unterschiedlichen Ordnern in das Projekt aufnehmen. Um die Bilder anzuzeigen, die sich in dem Projekt befinden, klicken Sie auf den Eintrag. Sie sehen dann im Bilderbrowser nur noch die Miniaturbilder des Projekts. Diese Vorgehensweise ist nützlich, wenn Sie häufig mit Bildern aus unterschiedlichen Ordnern arbeiten. Um wieder die Bilder eines Ordners anzuzeigen, klicken Sie einfach auf den betreffenden Ordner. Rechts neben dem Bildbrowser finden Sie unterschiedliche Paletten. Ganz oben sehen Sie das Histogramm. Mit dem Histogramm wird die Verteilung der Tonwerte geprüft. Rechts und links im Histogramm sollten keine leeren Bereiche zu sehen sein, wenn das Foto korrekt belichtet wurde. Links sehen Sie die Häufigkeiten der dunklen Tonwerte und rechts die der hellen. Je höher der Tonwertberg an einer Stelle ist, umso mehr Vorkommnisse gibt es für diesen Tonwert. An den verschiedenen Farben erkennen Sie die Verteilung der Tonwerte in den einzelnen Farbkanälen. In der Kopfzeile können Sie einstellen, ob alle Farbkanäle angezeigt werden sollen oder nur ein einzelner Farbkanal. So können Sie die Tonwerte des roten Farbkanals, des grünen Farbkanals oder des blauen Farbkanals einstellen. Mit der letzten Option stellen Sie den Luminanzkanal ein, der die Helligkeiten im Bild wiedergibt. Stellen Sie wieder alle Farbkanäle ein. Wenn Sie den Bildbereich einblenden und den Mauszeiger in das Bild halten, sehen Sie oben rechts in der Histogrammpalette den dazugehörenden RGB-Wert und ein Farbfeld. In der Metadatenpalette finden Sie unterschiedliche EXIF-Daten. So können Sie hier die Aufnahmedaten, wie etwa die Blendeneinstellung oder die Belichtungszeit, ablesen. Wenn Sie bei der Aufnahme Positionsdaten mit aufgezeichnet haben, können Sie diese hier ablesen. Wurde der Bereich mehr aufgeklappt, finden Sie hier auch etwaige Bewertungen. Außerdem können Sie hier das Aufnahmedatum ablesen. Die Positionsdaten finden Sie im Bereich GPS-Koordinaten. Wollen Sie sich in Google Maps den Aufnahmeort ansehen, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Damit wird automatisch der Webbrowser geöffnet und die Position des aufgenommenen Bildes angezeigt. Mit einem Klick auf die Titelzeile können Sie die jeweilige Palette schließen oder sie wieder öffnen. Die Palette IPTC können Sie nutzen, um diverse Angaben in das Bild aufzunehmen, wie beispielsweise den Ersteller des Bildes oder seine Adresse. Durchscrollen Sie die lange Liste einmal, um die Möglichkeiten kennenzulernen. Für eine bessere Übersicht wird auch dieser Bereich geschlossen. In der Stichwörterpalette sehen Sie alle Stichwörter, die im Bildbestand vorhanden sind. Wurde ein Stichwort zugewiesen, können Sie dies hier sehen. Bei Bedarf können Sie mit einem Klick auf das Kreuzsymbol das betreffende Stichwort löschen. Wenn Sie doppelt auf ein Miniaturbild klicken, wechseln Sie zum Bearbeiten-Modul, das Sie auch über diese Schaltfläche aufrufen können. Das Bearbeiten-Modul dient dem Entwickeln von RAW-Bildern oder der Bearbeitung von Fotos anderer Formate. Standardmäßig wird das Bild so angezeigt, dass es vollständig zu sehen ist. Im linken Bereich finden Sie vier Paletten. Das Histogramm haben Sie bereits in der Fotothek kennengelernt. In der Palette Bewegen-Zoom sehen Sie eine Vorschau des ausgewählten Bildes. Wenn Sie eine andere Darstellungsgröße wählen, sehen Sie hier den Bereich, der angezeigt wird. Sie können den Rahmen dann mit gedrückter linker Maustaste verschieben, um den sichtbaren Bildausschnitt zu verändern. Passen Sie das Bild wieder an die Fenstergröße an. In der Palette Advanced History werden alle vorgenommenen Arbeitsschritte angezeigt. Im Beispiel wurde nur der Standard-Preset angewendet. Sie können die Palette auch nutzen, um zu einem früheren Arbeitsstadium zurückzukehren. Rechts neben dem Bildfenster finden Sie eine große Anzahl an Paletten, deren Funktionen Sie nutzen können, um Bilder zu bearbeiten. Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, werden alle Werkzeuge eingeblendet, bei denen Anpassungen vorgenommen wurden. Um alle Werkzeuge zu sehen, deaktivieren Sie diese Option. Sie sehen dann den Bereich Wesentliche Werkzeuge, in dem Werkzeuge angezeigt werden, die besonders häufig benötigt werden. Um eine kurze Erläuterung zu den Werkzeugen zu erhalten, klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol. In diesem Bereich können Sie dann ablesen, wie das Werkzeug verwendet wird. Klicken Sie erneut auf das Fragezeichen, um den Bereich wieder auszublenden. Um nach einem bestimmten Werkzeug zu suchen, können Sie das Suchenfeld nutzen. Tippen Sie hier einen Begriff ein. Wenn Sie häufig dieselben Werkzeuge benutzen, können Sie sich eine Favoritensammlung zusammenstellen. Um ein Werkzeug zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf den Stern. Um die Favoritensammlung einzublenden, nutzen Sie dieses Symbol. Klicken Sie erneut darauf, um wieder alle Werkzeuge anzuzeigen. Um einen einigermaßen guten Überblick über die vielen verfügbaren Werkzeuge zu erhalten, sind diese in verschiedenen Themenbereichen untergebracht. So finden Sie beispielsweise im Bereich Belichtung unterschiedliche Werkzeuge, um die Tonwerte des Bildes einzupassen. Mit diesem Schalter vor dem Eintrag werden die Werkzeuge aktiviert oder deaktiviert. Sehen Sie ein blaues Symbol, wurde das Werkzeug aktiviert. Mit einem Klick auf die Bezeichnung können Sie Werkzeuge schließen oder sie wieder öffnen. In der Farberubrik finden Sie Werkzeuge, um die Farbtöne des Bildes einzupassen. In der Details-Rubrik sind Werkzeuge untergebracht, um Bilder zu schärfen oder Objektivfehler zu beseitigen. Außerdem können Sie beispielsweise das Retouch-Werkzeug benutzen, um etwa Fussel aus dem Bild zu entfernen. Mit den Werkzeugen der Geometrie-Rubrik können Sie zum Beispiel Bilder zuschneiden oder sie gerade ausrichten. Die Rubrik Lokale Anpassung können Sie nutzen, wenn Sie Bildteile maskieren wollen. In der letzten Rubrik Wasserzeichen und Effekte finden Sie eine Option, um das Bild mit einem Wasserzeichen zu überlagern. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Arbeitsbereichen. So können Sie im Menü Arbeitsbereich zwischen den Optionen DxO Standard, die voreingestellt ist, oder der Option DxO Advanced wählen. Mit der zweiten Option ändern sich die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie keine Rubrik ausgewählt haben. Anstelle der Palette Wesentliche Werkzeuge sehen Sie dann diese Ansicht. Hier gibt es mehr Werkzeuge zu den unterschiedlichen Rubriken. Wechseln Sie wieder zum Standard-Arbeitsbereich. In diesem Arbeitsbereich haben Sie die Möglichkeit, die Werkzeuge bei Bedarf neu zu sortieren. Klicken Sie dazu ein Werkzeug an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Sie können dann das Werkzeug an eine neue Position verschieben. Im Beispiel soll die Originalanordnung beibehalten werden. Sie können die Paletten auch in freiswebende Fenster verwandeln. Klicken Sie dazu in die Kopfzeile und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Sie können die Palette dann in den Arbeitsbereich ziehen. Wollen Sie wieder den ursprünglichen Zustand herstellen, rufen Sie erneut die Option Arbeitsbereich Standard auf. Wenn Sie ein Werkzeug mit der rechten Maustaste anklicken, können Sie auswählen, ob alle Werkzeuge geschlossen werden sollen, bis auf das aktuell markierte. Die Werkzeuge bieten sehr unterschiedliche Möglichkeiten. So gibt es Werkzeuge, die nur wenige Optionen bereitstellen oder andere mit vielfältigen Optionen. Sie können die Werte wahlweise anpassen, indem Sie einen Schieberegler verziehen oder einen Wert in das Eingabefeld eingeben. Sie können die Werte auch erhöhen oder reduzieren, indem Sie die Pfeile nutzen. Bei verschiedenen Werkzeugen werden Schaltflächen angeboten, wie beispielsweise hier, um einen Farbton aus dem Bild aufzunehmen. Bei unterschiedlichen Werkzeugen finden Sie Optionen, um die Einstellung automatisch vorzunehmen. Nutzen Sie dann diese Schaltfläche, um die Einstellung automatisch vorzunehmen. Für welche Werkzeuge es die Autofunktion gibt, erkennen Sie an diesem Eintrag. Wenn Sie beispielsweise Bildrauschen entfernen wollen, rufen Sie die Rubrik Details auf. Um die Auswirkungen gut beurteilen zu können, ist eine Ansichtsgröße von 100% wichtig. Diese wird in diesem Vorschaubild angezeigt. Bei verschiedenen Werkzeugen sehen Sie dieses Augensymbol. Es weist darauf hin, dass die Wirkung dieser Korrektur nur bei einem Zoom-Wert von mehr als 75% angezeigt werden kann. Haben Sie alle Anpassungen vorgenommen, können Sie entweder diese Schaltfläche nutzen, um das Bild zu exportieren, oder Sie wechseln zum Dateimenü und rufen dort die Funktion Export auf Festplatte auf. Sie erreichen diese Funktion auch über die Tastenkombination String plus Alt plus P. In diesem Dialogfeld werden dann die Ausgabeeinstellungen vorgenommen. So können Sie zum Beispiel in diesem Listenfeld wählen, ob Sie das Bild als GPEG-Bild oder als TIFF-Bild exportieren wollen. Je nach ausgewähltem Dateiformat werden unterschiedliche Optionen bereitgestellt. Schließen Sie das Dialogfeld mit einem Klick auf das Kreuzsymbol.